Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man ein Twitch-Konto erstellen und somit einen Kanal kostenlos eröffnen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige das Ganze zur besseren Veranschaulichung mal am PC, doch am Handy funktioniert es im Browser bzw. in der App relativ ähnlich. Deswegen gebe ich erst einmal in einen beliebigen Browser in der Adresszeile www.twitch.tv ein. Anschließend können wir auch schon auf der offiziellen Webseite rechts oben diesen Button registrieren sehen, da wo ich jetzt anschließend auch draufklicke. Im nächsten Schritt müssen wir mal einige Benutzerdaten eingeben. Zuerst der Benutzername, so wie wir anschließend auch auf Twitch zu sehen sind. Dann einmal ein sicheres Passwort festlegen. Dieses sollte man sich natürlich unbedingt gut merken. Im nächsten Schritt dann das Passwort noch einmal bestätigen, dass man es auch wirklich richtig geschrieben hat. Dann geht es darum, sein eigenes Geburtsdatum einzugeben. Wichtig ist hier, dass laut Twitch man mindestens 13 Jahre alt sein sollte. Und zum Schluss müssen wir jetzt noch die Handynummer eingeben. Diese wird nur für die Verifizierung benötigt. Bedeutet, um dein Konto einfach zu bestätigen. Wenn du nicht die Handynummer verwenden möchtest, dann hast du auch noch die Möglichkeit, hier unten drunter eine E-Mail-Adresse einzugeben. So wie ich es jetzt mache. Da bekommen wir nämlich anschließend gleich noch einen Code zugeschickt, den wir dann auf Twitch eingeben müssen. Wenn das alles passt, dann einmal auf den Button Registrieren klicken. Natürlich soll vermieden werden, dass sich auch Bots registrieren können, weswegen wir hier noch ein kleines Rätsel lösen müssen. Deswegen einmal auf Weiter klicken. Und jetzt muss ich auch dementsprechend die Katze auswählen. Da klicke ich auch noch drauf und wir sehen auch schon, dass das Ganze erfolgreich abgeschlossen wurde. Wie gesagt, jetzt bekommen wir einen Bestätigungscode entweder an die hinterlegte E-Mail-Adresse oder auch an die Handynummer. In meinem Fall ist das die hier unten. Die können wir jetzt einfach mal kopieren oder direkt auf den Button hier oben draufklicken. Ich habe sie mal kopiert, weswegen ich wieder zu Twitch zurückgehe. Und anschließend füge ich das Ganze ein. Und wir sehen auch schon, dass es auf jeden Fall geklappt hat. Zum Schluss erhalten wir noch eine kurze Bestätigung und jetzt können wir auch noch unsere Interessen auswählen. Und je nachdem, wenn ich zum Beispiel Leech of Legends anklicke, wäre mir anschließend auch dementsprechend Streamer vorgeschlagen. Danach noch auf Fertig und somit haben wir auch schon unseren Kanal richtig erstellt. Wenn du übrigens selbst Streamer bist und deine Qualität deutlich verbessern möchtest, dann einfach mal am besten unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den derzeit besten Streaming-Zubehör-Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.